ja mein süd zu pcs für den rené vom blog willkommen zum weiteren teil des amerikanischen advents geländer siebtes türchen steht im schlüssel wir holen euch näher ran das müsste dann wieder ein einzelnes tücheln sein wir drücken es rein ist sogar was drin was man eigentlich schon kennen müsste oder kennt manchmal die daraus zu holen ist nicht ganz leicht zwei stück inhalten natürlich ein cheeseburger da brauche ich jetzt eigentlich nichts kosten weil die schmecken eigentlich gleich müsste eigentlich auch jeder kennen so ein gummi oder so kannst du mal ein cheeseburger aus dieser meistens sind es auch trolle aber diese cheeseburger müssten eigentlich schon bald jeder kennen deswegen wollen wir denen jetzt uns nicht rein ziehen und deswegen war es das im siebten türchen und dann würde ich mal sagen wer euch das ganze heute wieder gefallen hat drückt mir gerne das daumen dann nach oben lasst mir gerne ein abo da und dann würde man sagen tschüss das nächste mal und tschüssi